Eerie, Dazen, Sadako of the Game and Mothering. Und ja, Condemned Sadako ist so ziemlich das Einzige, was Sadako wirklich richtig stark macht. Und wir haben die beiden Eerys da natürlich mit dabei. Einerseits ein Eerie, wenn wir uns zu einem TV teleporten, dann sehen wir die Aura von Survivor, die ein Tape haben. Ja, nicht sonderlich gut oder so. Und dann haben wir noch... Warte mal, was? Wohin? Hallo. Okay. Dann haben wir natürlich noch unser Condemned Shit. Und zwar ist es so, dass wir 8 Sekunden, nachdem wir uns manifestet haben und wir jemanden gehittet haben, dann hören sich die letzten 4 TVs wieder on. Das ist strong. Boah, Rap God. Aber jetzt müssen wir natürlich erstmal mit Finn... Oh, was? Hallo? Hallo? Was geht? Okay. Jetzt machen wir diese. Ja, leider nicht. Machen wir leider doch nicht. Fuck. Oh, ich sehe da aber gerade jemanden heilen. Oder leckt es gerade wieder? Oder warte ich sehe los. Fuck, Mann. Machen wir sind die Pallet gedroppt. Okay. Die Vs sind on wieder. Und weiter geht's. Wieder hier hoch. Um fett abzufucken. Darüber. Weiter Contempten. Wir werden so gut wie nicht hooken. Wir werden wirklich so gut wie nicht hooken. Nein. Das bekommst du nicht. Ja, smart one. Jetzt wäre es wichtig, mal wieder einen Hit zu bekommen, um die TVs wieder anzutörnen, weil wir haben noch immer Corrupt am Gehen. Warte mal. Hier vielleicht hin noch. Okay. Ich hätte sie hitten können, aber macht keinen Sinn, weil ich muss vorher raus aus meinen Kontext. Oh mein Gott, das laggt doch wieder, oder? Was ist mit Sadaku los? Aber nur Sadaku laggt irgendwie die Aufnahme immer. Aber egal. Komm. Es ist bestimmt nicht so schlimm. Hoffentlich jedenfalls. Okay. Du fuckst ehrlich richtig ab. Du fuckst ehrlich richtig ab, Homi. Okay. Bruder, was? Ja, es laggt wieder. Ich kann, ich kann Contempt Sadaku nicht spielen. Ich weiß nicht, warum. Sadaku funktioniert nicht. Sadaku funktioniert einfach nicht. Und ich verstehe es wirklich nicht, warum. Ich verstehe es wirklich nicht, warum. Warte mal. Sie trägt ein Tape. Sie trägt ein Tape. Oh mein Gott. Sie trägt einfach ein fucking Tape. Sie trägt einfach ein fucking Tape. Ah, wo ist sie? Nein. Sie hat's geschafft. Sie hat's fucking geschafft. Sie hat's fucking weggeschafft, Mann. Ja, fuck, Mann. Was soll ich dagegen tun? Warte, da carried noch jemand ein Tape. Will ich gar nicht zu sehr harassen, mein Boy. Aber ich würde es echt appreciaten. Wenn es aufhört zu laggen bei meiner Aufnahme, just saying. Okay. Ja, mich kannst du nicht so gut bodyblocken, just saying. Na, hat der auch schon sein Tape abgegeben, oder was? Naja, er hat's gerade abgegeben. Ja, fuck, Mann. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Okay. Lass einfach weiter rumtippen hier. Scheiß drauf. Wir machen weiter unser Ding, 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 Ding. Wir müssen mal picken. Ich sehe, hat niemanden angezeigt gerade. Warte mal, das muss hier sein. Hier ist er gedownt worden. Ding ist wieder tot. Okay. Dann wieder darauf. Mal gucken, wie's euch hier geht. Ja, wahrscheinlich geht's dir nicht so gut bald mehr. Hoffentlich jedenfalls. Okay. Da runter. Ja. Du müsstest langsam mal... Nein, ich bin hoch! Das lag, das ist ein Lagfest. Warum ist... Aber nur Condemned Sadako gerade. Ich weiß nicht, warum. Nein. Okay. OMG. OMG. Ihr seht's zwar nur lagend, aber wir schaffen das gerade. Ja, ist cool. Gut. Ohne Hook. Ohne Hook. Kein Hook. Und sie ist dead, dead, dead. Und es lagged, lagged, lagged. Condemned Sadako ist nicht sonderlich beliebt, wie's aussieht, ne? Also nicht mal... Nicht mal mein UBS mag es. Oh, hier gleich. Ups. Sorry, Bro. Wollte ich echt nicht. Oh, warte. Da ist einer. Da ist ein Bübele. Da ist ein kleines Bübele. Und wo ist das Bübele hin? Wo ist das Bübele hin? Hallo, Bübele. Was geht? Sieht nicht mal so gut aus, leider, aber... Sieht leider nicht mal so gut aus. Hier, warte. Hallo. Werde Condemned. Werde Condemned, mein Freund. You can do it. I believe. Nein. Nein, er schafft's, glaub ich, oder? Ja, er schafft's. Nein. So Bullshit. Okay. Aber es ist okay. Es ist wirklich okay. Wir haben zwei Leute gesluckt. Sie kommt nicht so easy zu check, eigentlich, oder? Okay. Fuck, Mann. Warte mal. Ich kann mich doch eigentlich hierhin TP'n. Ey, das ist so ein Slugfest, wirklich. Warte mal, wohin? Ah, fuck! Irgendwo hier muss es sein, oder? Irgendwo hier seid ihr doch. Okay. Der hat seinen Tape-Schalten abgegeben, halt. Ja, der obere wäre besser gewesen, glaub ich. Ich weiß nicht mehr, ob ich den hab jetzt. Oh, da hab ich auf jeden Fall ein bisschen was. Okay. Nee, ist noch immer nicht voll. Bruder, und mein OBS laggt sich zu Tode wegen Sadako. Ihr bekommt so die Lag-Aufnahme. Wirklich, ich serviere euch das so sehr. Einfach nur für das sake of the eerie series. Ihr werdet leiden müssen, leider. Es tut mir echt leid. Okay, juckt ihn einfach gar nicht, hä? Oder was? Es juckt ihn einfach nicht. Musst du mir so erst mal ein Tape nehmen, also juckt es mich auch nicht. Musst der... Hat er kein Tape? Hat niemand ein Tape gerade? Wirklich? Okay, er ist hier. Er ist hier. Bruder, wirklich! Es ist nur bei Sadako. Sonst funktioniert alles gerade. Ich hab keinen TV unter mir. Ja, da hast du dich, glaub ich, ein bisschen überschätzt, oder? Was? Was? Okay. Das ist fucked up, homie. Das ist fucking fucked up. Ich weiß nicht, was mehr fucked up ist. Das ist überall lag gerade, nur wegen fucking Sadako. Oder was sonst. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nämlich nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Aber nur Sadako. Ich hab gerade gefühlt 30 Runden Blight gespielt. Da ist nichts gewesen. Bruder, kann ich hier bitte durch? Was ist denn jemand hier? Boah. Ja, hier mal breaken, ne? Schadet nicht. Auch wenn sogar das laggt. Was? Was geht hier ab gerade? Ich hoffe wirklich, dass das wirklich nur auf meinem Screen so ist. Weil manchmal ist es halt so, dass die Lags eh nur bei mir sind und bei euch nicht. Oh mein Gott, das ist stupid. Das ist fucking stupid, homie. Das ist fucking stupid, glaub mir. Trust me, das ist nicht gut von dir gewesen. Wow, boah. Verstehe ich es nicht. Oh. Okay. Zieh nicht aus den Augen verlieren, dann haben wir es. Nein. Sie hat es geschafft. Sie hat es fucking geschafft. Es ist bodenlos. Es ist bodenlos. Ich bin wirklich am überlegen, einfach Sadako zu überspringen. Ich bin wirklich am überlegen. Nee. Nicht mit mir, homie. Ja! Es dauert so lange. Es ist so ein Slugfest. Es ist so ein Slugfest. Und wenn man Condemned Sadako spielt, ist es halt auch so. Man muss keine Angst vor der Tat haben. Man hookt ja niemanden. Das ist ja nicht so, als würde man hooken. Hä? Was ist hooken? Junge, und was zum Fick ist fucking laggen? Was laggen ist, kann uns hoffentlich bald jemanden da klären. Ich hoffe, dieses Video guckt sich überhaupt an, wenn dieses Video einfach nur dauerlaggt. Wirklich. Boah, es ist bodenlos. Ich glaube, das kann man sich nicht geben. Ich werde es mir angucken, ob man es sich geben kann, weil sonst... Sonst lasse ich Sadako aus. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin mir echt unsicher gerade. Aber es funktioniert so gut eigentlich. Ich würde es euch eigentlich schon gerne zeigen, muss ich sagen. Ich würde es euch ehrlich gerne zeigen eigentlich. Warte mal, habe ich da jemanden gehört? Nee. Es ist wirklich bodenlos. Es ist wirklich bodenlos. Okay. Ja, der ist halt bald totgeslackt, wenn es so weiter geht. Der arme Bro, der arme. Condemned Sadako ist halt wirklich einfach nur Assoziaten, muss man auch sagen. Ja, da laggt es doch mal hart. Hart laggt es hier. Boah, ich glaube, ich lade es hoch, weil es eine gute Runde ist. Aber ich glaube, ich schreibe es einfach in den Titel. Achtung, Dauerlags. Bitte nicht gucken. Das mache ich, glaube ich. Das mache ich, glaube ich. Das ist, glaube ich, der Name der Folge dann. Das ist, glaube ich, wirklich der Name der Folge einfach. Wo haben wir ihn jetzt gedaunt? Ich weiß gar nicht mehr. Wenn der Hedge bekommt, ist mir eigentlich ziemlich egal, muss ich sagen. Also bitte bekomme einfach Hedge. Ich will einfach diese Runde gerade beenden. Das hat echt gut funktioniert alles. Okay. Und vor, okay, schön. Auf lecker Schmecker. Wir müssen uns auch keine Sorgen wegen Deliverance machen. Einerseits, weil es der Letzte ist. Andererseits auch, weil es sowieso nicht juckt. Weil wir haben niemanden gehuckt. Außer ihn. Er ist unser erster Hook. Unser erster Hook. Und kannst du jetzt bitte nicht laggen? Laggt es wieder? Laggt es wegen dem Teleportier. Das würde mich auch interessieren, weshalb es laggt. Weil ich check es ja nicht. Es ist ja anscheinend wirklich nur bei Sadako so auch. Ganz weird gerade. Ganz weird. Oh, da ist die Hedge. Ups, bin ein Schwein reingelaufen. Bekommt die Hedge das? Oh, doch. Nee. Aber ja. Condemnt Sadako ist dumm. Das ist das Einzige, warum Sadako noch ein halbwegs starker Killer ist. Und ich hoffe, die ärgern sich jetzt hart. Wirklich hart. Wegen diesem fucking Game Offering. Weil das hat sie komplett zerstört. Wirklich. Wirklich einfach nur zerstört des Todes. Und nur, Leute. Ich hoffe, es laggt nicht für euch. Es hat nicht gelaggt für euch. Es war wirklich nur bei meiner Aufnahme so. Falls es gelaggt hat. Wirklich. Herzlichen Glückwunsch. Du hast eine starke Psychose, dass du dir das wirklich gegeben hast. Obwohl ich dich wirklich im Titel schon gewarnt habe. Aber anyways. Ciao. Schönen Tag wünsche ich noch. Und nächstes Mal hoffentlich ohne Lacks. Achso. 結果 Untertitelung des ZDF, 2020